Tja, so eine Lichtgeschwindigkeit funktioniert natürlich im Tonstudio immer perfekt. Auch am Sonntag, dem 23. Juni, wenn aber Musik draußen gemacht wird, dann kann man eigentlich nur eine Musikaufnahme machen. Das versuche ich jetzt mal hier. Also, Kölner Südstadt Mainzer Straße am Eierplätzchen. Da spielt die Eierplätzchen-Band. Und das ist der Platz, an dem auch wilde Fußballübertragungen auf einer Leinwand gemacht werden, von irgendwelchen Anliegern, die dort immer ihre... Vielleicht kann ich ja die Band auch nochmal irgendwo sehen. So, jetzt gibt es Beifahr. Da ist der... Ach, das ist die Sängerin. Das ist eine Lateinamerikanerin und ihr Mann ist, glaube ich, Saxophonspieler. Ja, da hört man ihn. Tja, in Köln gibt es die Karnevalzeit. Es geht nicht lauter besser. Und wenn nicht Karneval ist, dann üben die Karneval. So, nun noch den kleinen Schwenk abschwenken. Also, Eierplatz. Und hier... Der Baulärm hier in unserer Wohnung war so enorm. Das ganze Haus ist voll Dreck, dass hier Elli und Olli die letzten Tage sich verzogen haben. Ich weiß nicht, ob sie ihr Nest aufgegeben haben. Wir werden das beobachten. Und damit, das war's. Danke für den Aufruf.